Nachdem wir also bei MyOnID der Meinung sind, dass Inhalte nicht gelöscht werden können, wenn sie einmal drin sind, haben wir uns für ein Konzept entschieden, das im Grunde ein Verdrängungskonzept beinhaltet. Das heißt, wir sorgen dafür, dass Ihr MyOnID-Profil weit über den anderen Suchtreffern, die es vielleicht gibt, im Internet gefunden wird. Das Ziel ist, dass Ihr MyOnID-Profil auf der ersten Seite bei Google gefunden wird. Da finden Sie dann vielleicht auch Ihr Xing-Profil oder Ihr LinkedIn-Profil und insofern sorgen Sie dafür, dass ältere Dinge oder auch Treffer, die vielleicht nicht so förderlich für Sie sind, einfach weiter nach hinten kommen und derjenige, der sich nach Ihnen informiert im Internet, nicht in die Lage kommt, diese Treffer als erstes zu sehen, sondern erstmal Ihre aufbereiteten Profile, bei denen Sie natürlich selbst bestimmen können, was über Sie gefunden wird, um letztendlich ein Bild abzugeben, das für Sie förderlich ist.